hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play mars effect 3 wir haben unseren ersten auftrag erfüllt und eine basis der ein forschungslabor eher der sabbos ausgeschaltet und logbuch ach so genau und das mit dem wirklich nicht da wir können jetzt weitermachen nämlich genau so ich wollte eigentlich nicht rechtsklicken fragt das wrack eines treibstoffdepots das von feindlichen streitkraften zerstört wo aus hier drüber kann treibstoff geboren werden das war nicht mein ziel so was wollte ich sagen ich wollte zerstört er genau wegen dieser medel sache so genau andocken das passt kaum wieder in aktion will uns die allianz schon ein halsband umlegen so heißen wir sie eben willkommen flight lieutenant erlaubnis erteilt sollen wir ein privates transportmittel bereitstellen ja zu den krankenhäuser ich denke mal die können da mehr mit dem medial upgrade anfangen als die botschaften außerdem können wir vielleicht noch mal gucken ob wir erst besuchen können so aber erst mal gucken wir hier hat irgendjemand verwendung für unser zeug ich gehe nämlich fast davon aus dass das hier sein wird hier ist keiner ja will ich auch so ist da kein ehemann nicht rein was tue ich denn jetzt zeige ich das ding bin auf der citadel und ach doch michel hallo commander wollen sie einen besuch machen wie geht es ihr wie geht es ashley schweres kopftrauma aber wir konnten die schwellung reduzieren bei solchen verletzungen weiß man nie sie ist noch ohne bewusstsein aber ihre vital daten sind gut ich bin optimistisch sie können zu ihr wenn sie möchten am ende des ganges ich glaube das könnte man davor jetzt in der medizinischen vorräten im moment noch gut was kann ich denn dann kann ich das bei dem shop verkaufen das bringt gar nichts wir hatten einen einsatz auf tipptree also hallo commander shepherd willkommen im huerta krankenhaus der diensthabende arzt für menschen ist dr michel außerdem sind spezialisten für alle bekannten citadel spezies in bereitschaft bitte stellen sie sicher dass sie in diesem bereich stets die dekontaminationsprotokolle befolgen alle spezies kann hier wirklich jede spezies behandelt und versorgt werden das huerta krankenhaus erfüllt alle anforderungen für multi spezies versorgungseinrichtungen es gibt hier sogar ebenen in denen die lebensbedingungen für andere exotische spezies nachgebildet werden können so ist zum beispiel eine wasserumgebung kurzfristig verfügbar ok was ist mit dem personal wie kommt es mit so vielen spezies zurecht alle angestellten müssen sich regelmäßig psychologisch untersuchen lassen und fortbildungskurse besuchen jo die krankenhausverwaltung weiß wie schwierig es ist mit derart verschiedenartigen patienten zurecht zu kommen es ist wichtig jedwede unterstützung zu leisten um den derzeitigen hohen standard zu halten aha und die besonderheiten hier was gibt es hier sonst noch im huerta krankenhaus arbeiten fachärzte aller spezies und viele von ihnen sind auf xenomedizin spezialisiert das haus arbeitet mit führenden universitäten aus der ganzen galaxie zusammen und bietet praktika für ärzte und pfleger an durch moderne technologie und die unterstützung großer pharmazeutischer unternehmen bietet das krankenhaus den patienten optimale versorgung der name woher hat das krankenhaus seinen namen es ist nach präsident huerta von den vereinigten staaten von nordamerika auf der erde benannt der spender der sich diese ehrung gewünscht hat möchte anonym bleiben na dann wenn sie weitere hilfe benötigen wenden sie sich bitte wieder an mich huerta sagt mir gerade gar nichts ne kommt mir gerade ein bisschen peinlich vor also ähm ich kann echt nicht nichts damit anfangen äh ne warte hier ist ja noch was aber ich glaube da war ich schon drin ne logbuch finden sie jemanden auf der citate der verwendung dafür hat ja schade eigentlich mhm äh so ja gut ne äh das wird dann wohl nix glaube ich gut dann würde ich sagen wieder zurück äh hä so geht's hier zur norme die jahne richtig hier geht's zur norme die zurück das gut so ähm da würde ich sagen machen wir wenn die neben bisschen nicht gehen so was im portal sprung nach perle wenn so da sind wir angekommen und gucken mal was es gibt es erstmal können wir glaube ich auch auftanken wir müssen nicht auftanken wo ist denn der erste planet hier ich will ja wenn schon das ganze system erkunden so datriox datriox ist ein kleiner gesteinzelteisplanet mit einer extrem dünnen Atmosphäre auf Stickstoffbasis die iridium vorkommen das planeten gehörten zur strategischen Reserve von Perlevan während der koreanischen Rebellion und die Anlagen sind bis heute in Betrieb Scans zeigen an dass die Weeper die Einrichtung auf der Oberfläche nicht zerstört haben entweder sehen sie darin keine Bedrohung oder sie haben Pläne für sie sie für eigene Zwecke zu nutzen einige wenige Weeper Zerstörer bewachen den Planeten unterstützt von einem großen Kampfschiff für den Fall dass die Tyrianer versuchen den Planeten zurück zu erobern so das klingt schon mal nicht so gut was haben wir da Esenus Esenus ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant der Heimat einer bedeutenden Tyrianischen Garnison war die Treibstoffinfrastruktur des Planeten verteidigte Es gab ein Verteilungszentrum für Treibstoffe auf Antiproton-Basis sowie die verbreiteten Helium-3-Kollektoren Inzwischen ist die Garnison verschwunden, die Weeper haben die Tyrianer vertrieben und sämtliche Maschinen zerstört Anscheinend sind die Weeper weitergezogen, denn im Moment sind nur einige Wohllosschiffe zu sehen, die wahrscheinlich die Wrackteile ausschlachten Aha Hier ist noch ein Mini-Planet Impera Der kleine Planet Impera ist ein Treibhaus aus Helium und Argon Letzteres ist ein Produkt verrottender radioaktiver Substanzen Früher wurde hier lukrativ Rohbebergbau betrieben, aber wie im Rest des Sonnensystems sind die verbliebenen Adeln auf kosteneffektivem Weg nicht zugänglich Der Planet ist nach Adrien Impera benannt, der Tyrianischen Machiavelli, deren ehrgeizige politische Philosophie zu ihrer mehr als 10 Jahre während der Regentschaft über das Kontinent um spannenden Nialin reich führte Sie ist berühmt für ihre Kombination von Bürgerebene mit einer Leistungsgesellschaft statt eines Kastensystems, was ihr Reich beträchtlich gestärkt hat Der Ansatz geriet dann für Jahrhunderte außer Mode, bis er zu Beginn des Tyrianischen Zeitalters der Nationalstaaten eine Renaissance erfuhr Die Reaper-Invasion ignorierte Impera fast vollständig, es wurde lediglich eine kleine Streitmacht geschickt, um das wissenschaftliche Gerät auf- und um den Planeten zu zerstören Das ist irgendwie ein Planet ohne Umlaufbahn, wie ich gerade mal merke, Perlovan selbst Das einzige auf diesem Planeten, das nicht aus Silber ist, sind die Tyrianer, die sind nämlich eindeutig aus Stahl Das war der Eindruck des Allianzhelden John Grissom von der Tyrianischen Heimatwelt Perlovan, als er sie nach dem Erstkontaktkrieg zum ersten Mal sah Die kriegerische Einstellung der Tyrianer durchzieht jeden Aspekt der Gesellschaft auf Perlovan, von der Architektur über die Kunst bis hin zur Politik Es ist keine Überraschung, dass ihre Heimatwelt bis jetzt noch nie von heimatfeindlichen Truppen erobert wurden Dem Weepern war der Ruf ihres Feindes wohlbewusst, darum griffen sie Perlovan auch mit einer gewaltigen Übermacht an und bombardierten ohne Zögern alle Städte, die Widerstand leisteten Und sie leisteten alle Widerstand Der Staub und Rauch der pulverisierten Städte ist mittlerweile auf einem Großteil des Planeten ein Gesundheitsrisiko Die Wasser- und Energiereserven sind nahezu verbraucht, aber der Kampf hier war auch für die Weeper-Betrohnenverlusten verbunden Allianzhinweis für Rauchlisende Das schwache Magnetfeld von Perlovan bedeutet eine höhere Solarstrahlung als auf allen auf anderen bewohnbaren Planeten Menschen wird für den Besuch zu Umweltanzügen und anderen Strahlenschutzanzügen geraten Was ist da? Kaleax Wie der nahegelegene Aventen wurde auch Kaleax nach alten Philosophen und Autoren benannt Aber während Aventen für die militärischen Führer von Morgens schrieb, konstruierte sich Kaleax auf jene, die den Soldaten ernähren, einkleiden, verarzen und bewaffnen Ihr Hauptwerk Dienstleistung erhält ein langes Kapitel über die Gesetze, die die Basis des thorianischen Konzepts der Bürgerer-Ebenen bilden Kaleax ist kälter als Aventen und darum wurden seine Minerale auch zuerst abgebaut Die thorianischen Verteidigungen auf Kaleax sind nicht vollständig zerstört, was ungewöhnlich ist Möglicherweise haben Reste der versprengten thorianischen Flotten den Planeten als Deckung benutzt und die Weeper-Zerstörer, die auf Satellitenjagd waren, vernichtet Bevor Nero-Missionen abgeschlossen waren Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Zerstörer die Verteidigung aus dem Orbit gehackt haben und die Unbemannten drohen jetzt ihren Befehlen folgen Na wunderbar Sind die zwei Planeten? Das sieht so aus wie eine Doppelumlaufbahn Aventen ist nach dem Strategen-Philosophen benannt, dessen Abhandlung über die Führung jeder thorianischen Jugendlichen kennt, der in der Schule aufgepasst hat Es handelt sich um einen kleinen Eisengesteinsplaneten, der von einem Dunst aus Methanothelen umgeben ist Zu Beginn des thorianischen Raumzeitalters wurden wertvolle Metalle abgebaut, aber danach hatte der Planet nicht mehr viel zu bieten Die wenigen Spionagesatelliten und Verteidigungsdrohnen von Aventen waren nicht einfach für eine kleine Weeper-Präsenz ein Hindernis Und man kann davon ausgehen, dass sie zerstört wurden So und Menai Ist schon deutlich interessanter wahrscheinlich Den größten Mond von Palavan umgibt schon seit den Anfangstagen des thorianischen Raumzeitalters ein großes Geheimnis Während der koreanischen Rebellion erklärte die Hierarchie nahezu alle Daten über Menai und seinen Schwestermund Nanos für vertraulich Weil sie befürchteten, die Kruganer könnten die Mona als Waffe nutzen und sie auf die Oberfläche von Palavan stürzen lassen Einige Informationen wurden aber dennoch bekannt Es gibt Bilder von thorianischen Basen, auf denen Personen ohne Umweltanzüge hergehen Was auf eine umfassende Infrastruktur hindeutet Wahrscheinlich ein Netzwerk unterirdischer Tunnel mit Masseneffekt-Generatoren Die auf breiten Streifen der Oberfläche für Wärme und Atmosphäre sorgen In den Plänen der Weeper, die diese Basen zu bombardieren, begegnete die thorianische Flotte und die Raumschiffabwehr des Mondes mit erbitterten Widerstand Der vermeintlich leichte Sieg fand nicht statt Und die Weeper setzten daraufhin zahlreiche Bodentruppen ab, um die Basen nacheinander zu erobern Die Thorianer sind zwar die überlegende Streitmacht, aber die Weeper haben die Geduld, sie langsam in die Knie zu zwingen Mit jeder von Weepern besetzten Basis hat die thorianische Flotte eine Anlaufstelle weniger, um Reparaturen durchzuführen oder Treibstoff aufzunehmen So Und eigentlich habe ich jetzt in dieser Folge nur geredet und nichts Sinnvolles gemacht Aber ich mache trotzdem einen Cut, weil ihr habt gehört, mein Backkurs sind fertig Also bis zur nächsten Folge und tschüss 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 Gäste Gäste